Musik Der Mini-Filmclub ist ein neues Format, das das Deutsche Filmmuseum zusammen mit zwei pädagogischen Einrichtungen erarbeitet hat. Was bedeutet, dass Kinder im Alter von vier bis sechs bei uns ins Haus kommen und ein sehr reichhaltiges Programm geboten bekommen. Insbesondere mit abstrakten Experimentalfilmen haben wir das Interesse der Kinder gewonnen, die am Anfang noch sehr, sehr skeptisch waren. Aber inzwischen diese Filme regelrecht genießen, spontan reagieren und sehr, sehr aufmerksam sind. Und diese Aufmerksamkeit und die Offenheit auch für andere Filme, die Kinder vorher so nicht kannten, das ist ein ganz wichtiges Ziel unserer Arbeit. Der Vorhang soll aufgemacht werden und das Licht auf. Ein Mini-Filmclub-Erlebnis beginnt im Kino. Wir schauen gemeinsam einen Film und zwar Kurzfilme, abstrakte Filme, Avantgarde-Filme, historische Filme. Im Anschluss arbeiten wir mit den Kindern kreativ. Also beispielsweise werden Bilder aus Steinen gelegt oder wir malen auf Film oder wir tanzen vor farbigen Schatten. Und im Anschluss gehen wir mit geschärften Sinnen nochmal ins Kino und schauen den Film erneut. Immer wenn wir hier am Mainufer sind, auf dem Spielplatz, oder sagen sie, unser Museum, unser Museum, das ist unser Museum. Also das heißt, sie haben einen ganz guten Zugang, einen positiven Blick auf ins Museum gehen. Also wenn ich frage im Morgenkreis, möchte jemand ins Museum schreien alle, ja, ja, wir wollen, was nicht unbedingt normal ist, sage ich jetzt mal. Wenn zum Beispiel der Vorführer eine Umarmung von einem Mini-Filmclub-Mitglied bekommt, wenn ich die Mini-Filmclub-Mitglieder mit ihren Eltern wieder im Museum auftauchen sehe, wenn die Kinder einfach ganz begeistert werden, sie die Filme sehen, kommentieren, was sie auf der Leinwand sehen, wenn ich merke, dass ihnen Avantgarde-Filme so vertraut sind, als wäre es was ganz Normales, die zu sehen, dann bin ich ganz schön stolz. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020